Was für niedliche Wonne-Proppen Im Mai 2021 brachte Serafina Wollny, 27, ihre Zwillinge Kasai und Emory zur Welt. Über die Entwicklung der beiden hält die Reality-TV-Bekanntheit ihre Follower stets auf dem Laufenden. Erst in der vergangenen Woche berichtete die stolze Mama, dass ihre Söhne ihre ersten Zähnchen bekommen. Jetzt erhalten die Fans aber auch einen Blick auf die Kleinen. Serafina zeigte ein süßes Foto von Kasai und Emory. Via Instagram teilte die 27-Jährige den niedlichen Schnappschuss. Darauf sind ihre Kids im Partner-Look in gestreiften Bodies zu sehen. Die beiden seien einfach unzertrennlich. Ich liebe es zu sehen, wie sie miteinander spielen und lachen, schwärmte Serafina. Allerdings erleben die Zwillinge auch negative Emotionen gemeinsam und weinen demnach stets im Doppelpack. Einer fängt an und der nächste macht mit, schilderte sie. Die Twins wissen sich offenbar auch schon jetzt miteinander die Zeit zu vertreiben. Bei der Entstehung des Fotos hatten die beiden ihren Spaß. Kasai hat die ganze Zeit versucht, Emory in den Fuß zu beißen und Emory hat sich schlapp gelacht, erzählte Serafina. Bis zum nächsten Mal.